Servus Leute! Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Ja, wir sind jetzt hier vom Shinra Hauptgebäude, glaube ich, und wollen ihn infiltrieren. Ich habe Probleme, jetzt das Wort auszusprechen. Und was ich im letzten Part vergessen habe zu erwähnen, ich weiß, ihr habt das selber gesehen, deswegen ist es unnötig, aber in deinem Cutscene, ich weiß jetzt nicht mehr welches war, ich weiß nicht, was ich sagen habe, mit dem letzten Part oder dem vorletzten oder so, da hat man einen guten Blick... Draußen, alles okay? Von dir? Alles okay! Ihr auch? Sehr gut! Gut, könnt weiter! Der Kontrollpunkt wäre das... Was wollt ihr hier? Oh Mann, sind diese Shinra-Typen-Idioten... Haut ab! So, der ist weg. Und ja, was ich sagen wollte, man konnte einen guten Blick unter... Ähm... Tifra erhaschen. Äh, Tifra? Die Mischung zwischen Tifa und Shinra. Äh, Shinra... Äh, ne, Shinra... Tifa! Das wollte ich sagen, wow. Ne, überhaupt nicht unter dem Ruck, guck mal so, nö, nö. Oh! Jetzt reicht's! Oh, weggefitzt! Hast du auch was? Ja. Hör auf! Alle auf einen! Wie fair! So, dass das Gute ist... Außerhalb von Kämpfen sind die Dinger ganz gut. Zumindest besser als gar nichts. Jetzt habe ich noch einen Barret und einen kriege ich. So. Wollen wir uns mal. Ich hab keine Lust, ja ewig dran zu hocken. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Haben die uns abortiert? Äh, was war das grad? Boah, weggefitzt. Sieh dir schon tot. Dich bohrt gnadenlos. Was? Wo denn? Äh, also schon wo, aber... Ich meinte eigentlich, äh... Wo sind die Feinde? Killen wir den einen da. Ja. Es tut grad Eis angesetzt, du komischer Shinra-Soldat. Oh. Ja. Ja. Oh, er muss einstecken, der arme Kerl. Kannst nicht allem ausweichen. Voll dem Kopf weggeballert. Megatrank. Schön. So, da geht's weiter. Kannst umgucken? Ist hier irgendwo was? Nö. Dann weiter. Was wir wollen, euch infiltrieren, euch sabotieren. Aua. Oh, du Hund. So. Am besten den neben mir. In die Ecke gedrängt. Nochmal. Das geht... Das Gute ist, dieser Angriff geht schnell. Oh, Bert, mach du mal. Ja. Hm. Noch näher? Oh, da hinten. Ich mach mal Magie. Ah, hab ich getroffen? Ja. Oh, der arme Wachung. Jetzt auf den anderen. Du musst vorher auf den Typ da. Oh, der arme Hund. Gegen dich muss ich keine Analyse einsetzen. Oh, der arme Hund. Oh, der armezar weght. Oh, der arme Hund. Ja, nicht schlecht. New, der tankt hab ich ziemlich viel. Ja. So, und Barret geht ein super Trank. Ja, da geht's runter. Sonst ist hier gar nichts mehr. So, wo geht's jetzt lang? Das Gute ist, wenn ich mich irgendwo verheirre, ist das eigentlich nicht schlecht war, dann besteht die Chance, dass ich Sachen entdecken kann. Oh, wer wartet denn da vorne auf mich? Oh. Krieg den Hund! Ey. Oh oh. Ja. Und dann krieg ich Hunger. Äh, den Typ da. Genau den. Oh. Was hat er gesagt? Am besten alle auf einmal. Aua. Ey. Ach, ihr Penner. Ist auch gleich normal. Ich werde euch braten. Äh. Barret, heil mich bitte. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder pennen. Nein, Hund. Jetzt reicht's. So, T-Shot, könnt ihr mich bitte heilen? Äh, oder auch nicht. Aber du kannst zum Beispiel auf den Hund gehen. Hat sie gerade Sitz gesagt? Oh, ich bin gerade schon wieder echt am Ende. Da kann ich noch einen schlucken. Nein, du kriegst auch jetzt einen Mega-Tank. Und ich nehm noch Eta. Das ist gut, dass ich mich so zugedeckt hab. Aber es dauert nun mal. So. Wie geht's jetzt lang da? Ja, Tatsache. Nicht zu Hause? Ne. Moment. Das Gebäude kommt mir irgendwo ja bekannt vor. Nicht die Rolltreppe oder... Lalalala. Gegenverkehr. Ne. Stylish. Eben wie so ein schickes Nobelgebäude. Ist jetzt vorbei. Könnte ich wieder zurück. Da könnte ich ja eine Musikesweg. Und gucken wir uns weiter an. Da raus mit uns. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Eris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Was soll ich einfach so empfangen wäre? Und ein Foyer ist, glaube ich, so was wie eine Eingangshalle. Ich kann hier nicht rennen. Ist ja beschadet. Ich kann hier nicht rennen. Ah, danke. Gibt es noch Automaten? Ja. Aber da kann ich nix. Ne. Haupteingang rausgehen ist, glaube ich, nicht so klug. Gibt es noch irgendwo was? Ne. Dann hoch mit uns. Dann hoch mit uns. Wohl kaum. Wie ist das? Das sieht ja geil aus. Sind sie sonst noch hinlangen? Ja, da könnte ich auch lang. Da muss ich sogar lang. Aha. Junge, ich hasse Blumen. Ne. Cafeteria. Hm. Aber da kann ich wahrscheinlich die andere Täter auch nicht öffnen. Ne. Irgendwie klar. Das heißt, wir können nur hier lang gehen. Dann benötigt man hierfür keine. Doch. Auch. Ne. Ja. Ohne Schlüssel. Kommen wir wohl nicht drauf. Wir werden anscheinend Schlüsselkarten benutzen. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Nur wie? Kommen wir ran. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Ja, tiefer ist halt leicht und zierlich. Okay. Schaukeln, oder? Ne. Rüber. Ich glaube, geradeaus oder rechts? Ich glaube, geradeaus. Boah. Das Mädel traut sich was. Also ich würde mich das da nicht trauen. Auch wenn ich leicht genug dafür wäre. Toll, dass ich mich... So. Das heißt, das war ein Fehler von mir. Oh wow. Komme ich nicht mehr jetzt weiter. Und jetzt ist ganz schnell rennen. Oh. Njuuu. Was bringt mir das jetzt? Ah, das heißt, ich musste hier runter. Mach das auf. Toll, 2000G. Fahrstuhl wieder hochfahren. Ich könnte auch auf die Männertoilette gehen. Als Frau. Ich komme hier nicht so einfach raus. Oder? Ne. Hm. Moment. Ich dachte, er war was zum Toten. Hier komme ich hier wieder raus. Warum brennt da Licht? Und die Dinger etwa... Oh, ich kann da rauf gehen. Jetzt muss man mir das sagen. Ich bin in der Zelle. Grazil. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Ich werde eigentlich da lang. Äh, 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 ich sehe da hinten gerade was. Kehrt werden da. Jetzt läuft da sonst was auf wieder einmal, ein guter Soundtrack. Hä, ich will da hin. Wo? Ach, Mädchen. Das willst du mir jetzt nicht sagen, oder? Na, na gut. Kannst froh sein, dass du so leicht bist. Ah. Moment mal. Hm. Ich denke, das ist nicht so leicht wie ein bisschen in der Art. Ach, Mädchen, klettert nicht so weit. Ich will eigentlich da hinten hin. Wahrscheinlich muss ich da wieder rüberbalancieren, aber ich komme da gerade nicht hinan. Wow. Okay. Ich habe aus Sicht das gerade bescheuert, weil ich nicht weiß, wohin ich muss. Ah, jetzt sehe ich es. Ist noch so. So, direkt weiter. Einfach mal bis zum Ende klettern und dann da lang. Das sind Cloud und Barret jetzt. Dass die mir nicht zugucken, wie ich hier akrobatische Meisterleistung vollbringe. Das muss ja ziemlich anstrengend sein. Da komme ich gar nicht lang. Moment. Kannern. Hoch. Na. Nein, zu weit. Aber die Arme wird voll gefordert hier. Das war jetzt ein Raum. Super langes Stil. Ist das was? Ja, offensichtlich schon. Ich dachte immer schon. Ich habe es ja gesehen, aber ich habe es da sucht. Du hast es geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Du sollst... Dir macht das wahrscheinlich auch nur Spaß. Boah. Bitte fall jetzt nicht wieder runter. Schön sachte Mädchen. Wenn die Dinger eh schon schwanken. Warum schaukelst du nicht einfach rüber? Bist du nah genug dran bist, dann springst du. Okay, wieso soll ich da jetzt hin kommen? Oh, da steht Cloud. Wo ist ein Barret? Keine Ahnung. Oh. Oh. Boah. Und hier schaukeln. Oh. 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 Du Meisterdiebin. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hat funktioniert. Ich hab gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo. Das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Professor Hojo. Ken Hojo? Project Zero. Es ist allgegenwärtig. Und du benutzt die Feuertreppe, ja, wo ist sie denn? Da, ne. Ah, doch. Ich habe jetzt die Karte, genau. Wo ist die Treppe? Wo sind das die Fahrstühle? So anders aus, als ob das die Fahrstühle wären. Ja? Heute ist das auch aufgemacht. Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Ach, der Arme. Tut mir ein bisschen leid. Oh gut. Es ist ein Rennen, also hetzen wir. La la la. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Wir werden leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchender ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Können wir langsam mal ne Pause machen? Ne. La la la. Wir rennen einfach gnadenlos hoch. Die Platz mit der Tür ins Haus. Wollt es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovor träumst du sonst so? Könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tiefer? Ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Warum bin ich so langsam neben der Puste aus? Tiefer rennt er hoch wie nix. Fünfzehnder Stock. Kann er... Bau... Kann er erwarten, dass... selbst Cloud da... keuchend oben ankommt. Ja, ganz genau. Na, zum Glück! Komm schon, wie lang dauert das denn noch? Kümmer dich um Barret! Ja. Hä? Ich kann dich nicht hören! Barret, kannst du mir überlassen! Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Vergiss es. Ist zwar ganz gut, aber langsam wird's langweilig. Oh, da bauen die was Lustiges ein und... reizen es so aus, dass es keinen Spaß mehr macht. Soll ich auf dich warten? Ich hätte einfach voraus rennen können. Super. Na egal. Ja. Ach so, da stehen die Etagen auch noch. 34, 30, 30. Ich weiß nicht. Tiefer wartet auf uns. Oh. Ein bisschen. Aber geht schon wieder. Super. Dann spürtet mal los! Woaaah Barrett verliert langsam seinen Verstand Um gemerlich zu sein, mich nervt das jetzt auch langsam Ich kann hier nicht mal rennen, ich kann nur gehen Na gut, ist klar, Claudius bestimmt auch schon, dass er puste Wie viele gibt es? 59? Das kann doch wohl nicht wahr sein Warum? Da haben die einmal eine gute Idee und dann das Wie weit geht diese Scheißtreppe eigentlich nach? Kannst du ja mal fragen? Glaube kaum, dass sie dir antworten würde Man klart Tch Das war jetzt selbst Für dich zu krass Sollte ein Witz sein Komischer Witz Ich kann darüber nicht lachen Oh mein Gott Wenn ich stehen bleibe Ein bisschen Nee Spiel Warum Spiel Warum Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen Lass es bitte Ja, lass es Wieso? He Kommt immer wieder Neu Neu Leiste mit einem Körper He Halt einfach den Mund Ich glaube, die sind auch schon langsam angepisst. Ich kann sie nicht so gut verstehen, weil mich nervt das hier auch. Die Cloud ist ziemlich außer Puste. Na gut, die gehen jetzt, was weiß ich, wie viele Stockwerke hoch. Oh Gott, das ist doch nicht wahr. Die Tiefers im 56. Stock und ich jetzt im 53. Das Spiel heute hatte wieder so gute Momente. Das Spiel heute hatte wieder so gute Momente. Du willst die ganzen Stufen wieder unterlaufen? Da wird es am Ende. Kann ich verstehen. Das Spiel war heute so gut die ganze Zeit, naja, teilweise manchmal gut, manchmal schlecht und jetzt zerstört es wieder alles. Das Spiel ist tiefer schon im letzten Stockwerk angekommen. Oh, im Ernst, das nervt mich echt. Das ist richtig kacke hier. Ich glaube, wir sind da. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. 70, 80, 90, 100, 110. Marco Dichte erreicht kritisches Ausmaß. Iniziere die Kühlung mit Trust-Materia. Mit Verlaub, Zeit für Ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makro Dichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia Kern nimmt an Masse zu. Schön. Dann zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, verzeichen Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Licht hinterher alles, schön auf. Ah. Himmels-Foyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfanden. Ja, schon wieder so eine Schlampe. Tut mir leid für den Ausdruck, aber... Das Spiel... Es regt mich auf, es nervt mich, es... Es ist schade, irgendwie. Von der Spielreihe und von dem Spiel, wovon so viel Gutes behauptet wird, habe ich mir echt mehr erwartet. Ich habe mein Spielerlebnis allererstes Jahr erwartet, nämlich so ein Spiel. Tut mir leid. Es ist in Ordnung, aber... Egal, belassen ist. Das war Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Ich habe es hier umhicального zu어야 Ziehbeelge. Meine Liehen in die Luft Dänkende-Foyer. Ich werde deine Lieben in die Beanung hier sehen. ept adek proxy. Vielen Dank.